Hab gehört, hier gibt's Backenfutter für Käfer. Äh, ja! Wer ist hier der Boss, hä? Das bin ich, Misu. Das bin ich und ein wunderschönes Schöner, dass ihr da seid. Wie geht's dir? Hat aber gedauert. Hey! Vor dem Raum geht's hoch. Hoch geht's hoch. Hoch geht's hoch. Ich seh hier nichts. Da ist nix mit hoch. Komplett durch den Wind, gerade aus dem Tablettenkoma aufgewacht. Muss mich erst zurechtfinden. Steckte Wand? Wie komm ich denn zu ihm? Die versteckte Wand. Dann erkennt... Oh! Wow! Das ist ja eine sehr versteckte Wand. Oh! Okay, hätte ich das vielleicht einfacher gemacht? Eventuell? Scheinbar. Das killt einen. Ach so. Ja gut, ich hab's geschafft. Huh! Aber wie komm ich jetzt zu dem... Raupi? Wahrscheinlich über einen anderen Weg, ne? Äh, hier war Sackgasse. Okay. 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 Ein Träumer. Oh mein Gott. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich bin ja auch keine Mathematiker, aber trotzdem. Wow. Macht der auch nichts? Stirb. Hm. Bin ja schon da. Ich bin blind. Achievement. Aber bevor ich den dritten suche, würde ich gern den Schwarm noch machen. Da sind wir ja bisher immer nur rausgeflohen. Oh. Okay. Schön. Aua. Aua. Kann jetzt übel werden? Jo. Hätte ja sein können, dass da was ist. Mangel. Alles klar. Ohne warte den zweiten Träumer gefunden. Der dritte war ja eine Pilzöde. So. Irgendwas war doch hier auch noch. Meine ich. Über Stadt der Tränen. Nee, über königliche Wasserwege war was. Da wollte ich nochmal was gucken. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal zum Schwarm. Beziehungsweise nochmal ganz kurz zu dem Übergang zu Turm der Liebe. Ob sich da was getan hat. Was ist denn Raupi rum? Und ich habe richtig viel Kohle bekommen. Ich bin reich. Oh mein Gott. Bin ich reich. Das ist Raupi. Ja. Verschlossen. Oh wait, 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 wait. Wir hatten doch rechts noch einen anderen Weg. Stimmt. Wo ich ja dachte, dass beides hier nach oben führt. Was denn, Schatzi? Ich habe es nicht gesehen. Ja, es tut mir leid. Oh. Easy. da war er und hat nicht fürs chill getanzt weil es eine selbstverständlichkeit dass ich das bekommen so nämlich aber ich kann dir zeigen was ich jetzt wird die mir bekommen ich jetzt nur den weg zurück finde das war der klotze hier sind wir wieder ok eventuell habe ich vergessen wo turm der liebe ist wer bist du denn das was wir draußen bei diesem strömenden regen der eindruck der brunnen findest du nicht bin sicher wir könnten ihn beide besser wertschätzen wenn wir dabei nicht durch nest werden würden der ritter da oben muss sehr wichtig gewesen sein auf der plakette hier steht etwas von seinem opfer klingt ominös wahrscheinlich hat der ritter ein schreckliches schicksal erlitten auch wenn es so klingt als hätte er dabei sein ziel erreicht in all den reläkten die ich gesammelt habe habe ich noch keinen hinweis darauf gefunden was das war ich werde bald zum laden zurückgehen wenn ich solange hier bleibe werde ich noch in die wasserwege geschwemmt komme ich besuchen wenn du willst mit der relikte hast meine ich für ein schwätzchen bin ich nicht zu haben wow chill ok ich habe vielleicht vergessen wo turm der liebe ist hier ist es definitiv nicht und wasserwege müsste ich auch ist auch keine gute karte ja das stimmt das stimmt war das nicht zwischen stadt der tränen und grenze des königreichs weiter nach oben geht es nicht wow schlägt ihr mich da einfach du wolltest dir marke kaufen ja stimmt das waren noch zeiten was war hier das ist das ding wo ich durchfliegen möchte über die wasserwege auf 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 ich habe ich ja auch immer noch nicht auf überhaupt erst mal speichern ich glaube nicht dass das jetzt richtig ist aber ich gucke mal ich habe verschwindet jetzt mal ins bett und für spaß paul dir auch schlaf gut hat eine tolle nacht und bis zum nächsten mal rein und fühlte ich geh zurück ich werde es auch gehen müssen schade sondern jetzt schade aber trotzdem schön das sind da was wünschen morgen der angenehme schicht paul auch natürlich nie jetzt wieder woanders pass auf dich auf und schön dass du da was und schlecht euch gut ich habe vergessen und tun der liebe ist na toll richtig nutzen wir machen das einfach nachher wir machen das nachher dann werde ich jetzt erst mal den schwarm machen ich bin falsch dann werde ich aber erstmal noch mal hierhin ja ganz viel hakt sommer ganz viel hakt spaß euch noch später eine gute nacht benehmt euch paul und ich bekommen das alles zuhören das stimmt ich werde mich petzen zunehmlich so schatzi für dich gehe ich jetzt noch mal kurz in den raum das war knapp rolle kohle gole so will ich jetzt gar nicht mehr jetzt aber zum schwarm ob der einfachste weg wäre tatsächlich über uraltes becken mit dem zug zu fahren glaube ich ja ich kann jetzt tatsächlich immer hier falsch aber ist egal ich hab gut kohle ja gut hat er was ja immer zumindest das hier zusammen einkaufen aber da wird jetzt wahrscheinlich richtig ein weiteres gefäß ist auch ziemlich gut hier wirst du brauchen wir nur deine karte mit neuen gegnern versehen möchtest die du erkundet ich hätte das wohl vielleicht alle kaufen sollen und durchlesen sollen eventuell ist das ziemlich dumm was ich bisher gemacht habe ich habe noch kaffee wie viele stunden habe ich schon in dem spiel pack pack bin ich dumm nicht bei mir gestern ließen ja ach die halten automatisch fest ich dachte ich muss das alles mal ich kaufe das mal alles ja aber hauptsächlich diese ding wir tun mal so als hätten wir das jetzt also quelle ist auch nicht verkehrt na gut ich kann alles kaufen ich kann alles kaufen oh wie gut das jetzt aussieht wo kommt das sind jetzt alles auf einmal her ups es will natürlich die ganzen dinge wo ich schon war ganzen räume aber ja eventuell bin ich dumm typ du ja kannst du laut sein das kannst du laut sein du siehst gut aus du siehst guter gerox das geht alles fresh bei dir ich höre es bis hier schreien schatze ich höre es bis hier schreien und es rächt mich in meiner eloquenz ich nehme an dein weg wird gesäumt von toten wenn du der toten schon nicht gedenkst denke doch wenigstens an die ganze arbeit die du käfern wie mir bereit ist tja was du nicht lassen kannst kleiner wanderer schlagen dir den weg zu deinem ziel frei ich sollte mich nicht beschweren es sind solche wie du die solche wie mich überhaupt fortbestehen lassen tu was du nicht lassen kannst also ja dann spreche ich mal ganz kurz ne weil du funkelst so schön ja der aktualisiert ja oh mein gott das merke ich jetzt erst uf ist das peinlich alles okay bei mir halbzeit vom urlaub und meine haupt ziel wand einreißen ist erledigt bei mir muss keine wand eingerissen aber nice was machst du denn gero wir nehmen sie sich ach so nie sowas der flex dann gehe ich wieder gut dann suche ich mal den weg zum schwarm und dann kämpfe ich mich dadurch über die versteckte station genau die war ja im becken glaube ich vielleicht auch mal sprechen können aber momo auf dem disco bilder von der wand geht halt muss ich mir mal angucken nachher jetzt müssen wir erst mal ein paar bienchen verkloppen hier da passiert nichts ich würde mich ich frage mich ja auch ob ich jetzt in dieser gestalt überhaupt durch diese schattenbänder durchkommen das wäre schon interessant überlegt du die ganze zeit wo ich wo ich eins finde ich drei stück glaube ich habe ich gesehen ich habe eins irgendwo unter unter dem alten becken nicht sondern abgrund was auch nicht sondern ich glaube grenze des königreichs diesen hüpfenden dingern damit meine ich nicht titis blimmer chat eins war da wo du das bekommen hast stimmt stimmt ich weiß aber nicht mehr ganz genau wo das zwar nicht direkt dort es war aber in der nähe glaube ich ich will aber erstmal gucken hier andere richtung fahren damit ich das dann auch mal erledigt habe sieht schon viel besser aus da unten bin ich nein wir sind nicht verhungert wir haben nur ein paar tage nichts selbst gekocht ah ja ich sie ok gut wieder zurück war nur wichtig mal zu gucken wo es dahin geht da kam es 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 nee ich es 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 Ich glaube, ich habe gerade einen Denkfehler. Wo habe ich das denn nochmal bekommen? Ach, scheiße, nee. Nee, nee. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das bekommen habe. Ach, scheiße. Aber ich glaube, ich werde oben reingehen. Ich kann dir ehrlicherweise selbst nicht sagen, was wir zwischen dem 9. und 13. gegessen haben. Das ist okay, das ist eine Ansage. Alles klar, jetzt konzentrieren und gehen uns mal hier rauf. Vor allem, den hier. Stirb! Möchte ich sterben? Hallo, Schatzi? Genehmen Sie sich? Ich glaube, weiter hinten war ja auch noch was. Da unten war ein Weg. Ich hätte vielleicht doch unten auch noch gehen sollen. Scheiße. Scheiße. Hau, mein Gott. Hallo? Oh, stimmt. Ich mit mir. Ich glaube, da werden jetzt noch einige kommen. Der hat's voll auf mich abgesehen. Wie ist es denn einfach toll? Du bist einfach toll. Nein, nicht nach oben. Ich hab nach oben geschossen. Wow. Das ist doch lit. Das ist nicht so lit. Das ist voll arschig. Das ist voll arschig. Ich will doch nur hoch. Ich mag dein T-Shirt bei Verwey braucht. Wieso? Das verstehe ich nicht. Natürlich verstehe ich das. Mono-Ink ist geil. Ich komme mir auch schon aufs nächste Konzert. Oh, fuck. Oh, fuck. Entschuldigen Sie, ich muss hier mal ganz schnell durch. Hier kackt mich sonst ein. Jetzt kann ich sogar Spiegel verkehlt. Ich nicht. Wie viel sterbe ich eigentlich heute schon? Ähm, zwei. Wir hatten einen ziemlich Hardcore-Boss. Das ist Misfit. Das ist Misfit. Die Watcher Knights sind doch wunderbar. Du bist wunderbar. Ich muss hier kurz mal weg. Fuck. Wenn ich jetzt noch einmal erwische, bin ich im Arsch. Das muss hier nicht sein. Wenn du so weitermachst, muss ich weinen. Wieso? Weil ich so toll spiele? Ich bin mal da hinten beschäftigt. Irgendein Kompliment. Ach so. Ähm. Aber die sind richtig und wichtig. Tut mir leid. Kommst du hoch? Okay. Oh, da war noch einer. Oh, nö. Ich kann das nicht. Fühl ich. Fühl ich sehr. Aber du bist ein ganz toller Mensch. So. Da ist noch ein Bienen. Abschaum. Äh, Bier. Äh, Bienenschaum. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Da geht's nicht weiter. Da geht's noch. Amc. Da geht's noch. Da geht's. Was ist das? Was fällt mir, glaube ich, irgendwie runter. Was ist das? 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 Oh, fuck! Ich frage es nur... Oh, ist schon auf. Danke. Neues Leben! Ein weiteres. Äh, ich gehe erstmal da hinten noch, bevor ich jetzt hier weitergehe. Oh, scheiße. Oh, okay. Oh, okay. Die Frage, wie ich da durchkomme. Outschen. Woo! Easy. Au!